Ja hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute schauen wir uns mal zusammen die Münchner Rückaktie an. Wir gehen hier in die kurze und knappe Analyse zusammen rein, schauen uns mal die wichtigsten Kennzahlen an, gehen auf den Chart ein, so ein bisschen auch auf das Bewertungsthema und wie der Zukunftsausblick aussieht und schauen uns dann natürlich auch Qualitäts- und Dividendencheck an. Also bleibt auf jeden Fall dabei, wird mega spannend und ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt rein ins Video. Ja und ganz klar, die Münchner Rück, die ist hier eine der größten Rückversicherungsgesellschaften weltweit. Also sie haben einen riesen, riesen Burggraben mit sich und genau im Bereich Rückversicherung werden eben Teile von Risiken von anderen Versicherern übernommen und die Rückversicherer zum Beispiel Risiken aus den Bereichen Leben, Krankenhaftpflicht, Unfall, also so die gängigen Bereiche, die man eben kennt und sind ja einfach über Jahrzehnte immer am Weiterwachsen, ähnlich natürlich allgemein die Versicherungsgesellschaften auch parallel der Allianz gesehen, aber eben heute jetzt mal die Münchner Rück und aktuell auch wirklich sehr, sehr attraktiv bewertet. Wir stehen bei einem Kurs von 440,20 Euro, haben eine Marktkapitalisierung von über 60 Milliarden Euro, aktuell auch schon eine schöne Dividendenrendite weitert von knapp 3,5% und ein KGV von 11,47, also auch eine sehr, sehr attraktive Bewertung. Gewinn pro Aktie erwartet dieses Jahr von 39,06 Euro. Wir schauen uns aber gleich in den Kennzahlen noch an, wie das Ganze aussehen soll und wie der Ausblick so ein bisschen ist. Wenn wir jetzt mal auf die Übersicht gehen, schauen wir uns eben den Chart gemeinsam an und was auch wichtig ist, die Münchner Rück übertrifft deutlich das Gewinnziel und auch die Dividende soll weiter deutlich steigen, das heißt auch hier weiter positive Aussichten. Wir gehen jetzt mal auf den Jahreschart und da sehen wir aufs Jahr gesehen natürlich eine richtig, richtig starke Steigerung von 307 Euro, ging es hier hoch jetzt eben bis auf den Höchstkurs von 454 Euro. Auf Dreijahressicht schaut das Ganze natürlich nochmal deutlich stärker aus und wenn wir uns auch mal die Maximalsicht anschauen, auch da einfach wirklich sehr, sehr starker Chart. Auch seit 2003 kann man sagen, kennt die Aktie insgesamt gesehen nur eine Richtung und wir schauen uns das jetzt auch mal in den Kennzahlen an, das spiegelt sich ja dort auch irgendwo wieder. Wir haben hier einen Gewinn pro Aktie, der auch deutlich weiter steigen soll, auch für dieses Jahr bei 39 Euro eben liegen soll. Gewinnwachstum geplant um 15,9% dieses Jahr, auch die kommenden Jahre soll es so 7-8% weitergehen, das heißt auch hier nochmal deutlich attraktiver bewertet und die Dividende, die soll weiter ansteigen. Wir sehen es auch natürlich deutlich durch den Gewinn gedeckt. Wenn ich jetzt mal den Plan für dieses Jahr anschaue, dann haben wir hier ca. 40% Ausschüttungsquote, das heißt wir haben weiterhin noch viel, viel Platz für Dividendenanhebungen und ich gehe auch persönlich davon aus, dass es so weitergeht. Also schöne Dividendenrenditen, wenn ihr natürlich persönlich schon viel, viel früher hier mit dabei gewesen seid, bei der Münchner Rück, dann ist eure persönliche Dividendenrendite vielleicht sogar doppelt so hoch oder zumindest höher wie die 3,5-4% aktuell. Der Cashflow war natürlich auch sehr, sehr positiv bei 42,8% und wir schauen uns jetzt mal die Quoten an, Eigenkapitalquote bei 11%, die ist natürlich schon deutlich geringer, die könnte besser sein. Verschuldungsgrad bei 802%, das sind glaube ich so die einzigsten Kennziffern, die hier etwas anders sind. Ansonsten die Margen in Ordnung, Eigenkapitalrendite schon stark mit 15,4%, die Abitmarge bei 8,2% und Cashflowmarge bei 9%, also alles in allem natürlich sehr, sehr starke Zahlen mit einer guten Bewertung gekoppelt und das Ganze sehen wir jetzt auch im Qualitätscheck. Wir haben 11 von 15 Qualitätspunkten. Wir haben hier eben sehr, sehr beständiges Umsatzwachstum, natürlich nicht mehr ganz so stark, so um 4,35%. Eine Stabilität vom Umsatzwachstum auch von 98%. Wie gesagt, die Zahlen jetzt auch für vorangegangene Jahre sehr, sehr gut ausgefallen. Wir haben eine starke Kursentwicklung. Wir sehen hier unten auch nochmal den Kurs. Thema Profitabilität und Rentabilität könnte, wir haben es gerade schon gesehen, natürlich etwas besser sein. Da verlieren wir so ein bisschen die Punkte, die Qualitätspunkte insgesamt, aber im Gesamten gesehen auf jeden Fall natürlich spannend bewertet. 11 von 15 Qualitätspunkten. Und wenn wir uns jetzt mal den Dividendencheck anschauen, dann schaut der natürlich auch sehr, sehr stark aus. Wir haben eine Stetigkeit auf 10 Jahre von 100%. Stehen jetzt eben hier bei einer Dividendenrendite von 3,5%. Erwartet eben im nächsten Jahr sogar 3,8%. Hängt natürlich von eurem persönlichen Einstiegskurs darauf ab, auf jeden Fall. Wir haben eine Stabilität im Umsatzwachstum und somit alles in allem, wenn wir es zusammenfassen, 13 von 15 Dividendencheckspunkten. Was wir uns jetzt mal noch anschauen können, ist der Robustheitscheck, denn der ist wirklich sehr, sehr stark. Das heißt, wir haben hier eine Robustheit 15 von 15. Das heißt, man hält sehr, sehr vielen Ungegebenheiten stand, kann man sagen. Wir haben eine geringere Volatilität. Wir haben einen recht geringen Jahresdrawdown. Wir sehen das hier unten eben nochmal. Und haben einfach eine Mega-Performance auf die letzten 3, 5 und auch 10 Jahre, die sich wirklich sehen lassen kann. Und schreibt mir doch jetzt gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr die Münchner Rück in eurem Depot habt, ob ihr sie nachkauft, vielleicht sogar im Sparplan habt. Würde mich mal brennend interessieren, was ihr persönlich denkt. Und wenn euch mein Video um den Kanal gefallen hat, und ihr noch nicht an Bord seid, dann lasst doch gerne kostenloses Abo da, drückt noch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gemeinsam beim nächsten Video. Ciao!